Der Bibeltag für diese Lektion ist 2. Könige, Kapitel 2, Vers 23, Kapitel 4, Vers 40. Der Bibeltag für diese Lektion ist 2. Könige, Kapitel 4, Vers 40. Der Bibeltag für diese Lektion ist 2. Könige, Kapitel 4, Vers 40. Der Bibeltag für diese Lektion ist 3. Der Bibeltag für diese Lektion ist 3. Der Bibeltag für diese Lektion ist 3. 4. Vers 40. Der Bibeltag für diese Lektion ist 3. Aus Israel, wie Kaddisch war näher wir, und sei ein, er angloven nicht in das Land in Nenge, dort er ütret wir, dass die kleine Tinge würde ein Raub sein. Und 4. Mose 14.3 sagt es, das ist nur, was die Lektion ist, und worum hat die Herrgott uns in das Land in Nengebracht, der ist dort schwer zu fallen, dort unsere Frühe und unsere Tinge soll ein Raub sein. Wurde es nicht besser sein, wenn wir drei Reisen nach Ägypten? Und wir so, dass ihre kleine Tinge würde an ihr vor sein. Und bei Gott seht ungefähr so an, Je hatte solle Tüfe trüe haar an mich, die dachte, dass ich jene kleine Tinge nicht beschütze würde. Aber die waren alle in der Welt in der Storve, und jene kleine Tinge, die je dachte würde an ihr vor sein, die waren das Land over, und dort werden wir wohnen. Das Wort kleine Tinge ist in Hebräisch ein Wort, das gebrügt wird für Isaac, als sie 28 Jahre alt wird, und von Josef, als sie 39 Jahre alt wird. Das wird auch gebrügt für die Männer, die in Sodom nur laut sein Haus kämen. Und das wäre abgewassene Männer. Das selbe Hebräische Wort wird auch in andere Städte gebrügt, und mit immer jungen Männer, nicht kleine Tinge. Zum Beispiel, 1.12.8, wo das sagt, dass Reheboeum die äuble Männer ihr Wort verleid, und red mit die jungen Männer, die mit ihm wäre abgewassen, die bei ihm stünde, und vroeg denen nach ihr Wort. Das ist das selbe Wort, das hier gebrügt wird, und er bezaad ist als kleine Tinge in eine Eberzattung. Ereentwer wird weiter, dass Reheboeum nicht mit kleine Tinge reden wird, nach Rott zu fragen, das wäre junge Männer. Als Samuel nach Jesse seine Familie geschickt wird, ein von seine Sehns entzulver als Tänig, und die durch eine und andere bei ihm vorbegingen, vroeg Samuel dem Jesse, ob dort alle seine Tinge wären, und dort wird gebrügt, um Jesse seine abgewassene Sehns anzudieden. Ich konnte meine Schriftstede angeben, aber ich lebe dort direkt zu. Das wäre junge Männer, die dem Elisa spatterdiede, und ihm schlechte Nommes namen. Die wäre immerhan in die falsche Prophetesschule, die dort biedet bettel wir. Und die wäre in Grautschauf, top, der Elisa spatter, und verachteteide. Aber wort meinte sie dort mit, als sie zu einem sehde, go anab, du kolkab? Dort könnt wellig sein, dass sie zu Elisa sehde, worum he nicht auch mehr hecht geförde, wie er so aus Elia. Sie spatter die Schrift, die davon red, dort Gott Menschen aus dieser Welt runternehmen wird. Das ist die nehmliche Sinn, dort Peter von Reet, dort in der letzte Zeit wird verkommen. Das ist hier beschreven, um uns weiterzuladen, dass die Herr den Rechte wird, die Jesus in Trede kommen, spatterdäne. 2. Petrus 3, 3. und 4. Und dass die dort erste Wete zählen, dort in der letzte Tag, worre dort spatter sind, die nur ihre Eene last wandeln wollen, und säen, wo es dort verspreken, weiterzukommen, dann seid, ansevon, dass sie starven sind, blift alles ever ein, so als es von Anfang welt ist. Während die letzte Zeit in diese Welt, worre dort so eine Sähne, die spatter worden, ehe wir Jesus in Trede kommen, oder sie ein zweites Mal kommen. Sie wollen ans Christen spatter, wegen ans Glaube an die Entrückung. Da sind nun also eine, die dort nun daunen, die egel fragen, wo ist das Teken von siem Trede kommen? Dat ist, woran wir säen, behutsam mit der Sähne, wann wir reden, und einge Rechte, von Jesus in Trede kommen, dat wir nicht, sechere Tüde aandieden, wann er heet Trede kommen wird, wie es wir nicht kreikt weten, wann er heet Trede kommen wird. Wie soll er dem Herr dort eewe lote, und bloß Gott sind klaret, da eewe unge Rechte. Also, trete Trede, es ist ein kleines Bild, von dort ee Recht, dat ab den Kommen wird, die spatter, ewe Jesus sind Trede kommen. Dort ist ein schreitlicher Ding, wann ein Prediger Jesus seine Gattheit aufzeigt, und nicht gelieft, an was Jesus did, als er das erste Mal schäme. Und dort ist es ein schreitlicher Ding, Jesus in Trede kommen, auf zu seien. Dit wird besonders, die Recht mit sich bringen. Die Bibel hat viel zu seien, von ihr Recht, wie man die Sache seine, in wort wie ich lebe. Wann eine versteht, von wort wie hier reden, dann können sie beten, dort dort alles mit der Schrift stemmen. Eilise nannt an Bees, und in einem Sinn, wir dort so aus ein Fluch, jo. Das Hitziken wird so aus Jesus seht, in Matthäus auf 21, wei die Koratzen, wei die Bezäder, denn wann ein Tieres in Sieden, die meike Woche passiert wäre, die in die passierte, würde sie lang träg, und sagt sich, ein Aushabüse gedone. Er sagt dann wieder, 23. Versch, und du Capernaum, wirst du, wort am Himmel nach Hecht gehove, du wirst, wort an der Hall, raufgestatt worden. Einerlei ist sage, noordien, dass die Bore die junge Mannen treten, wird durch China an Bettel die Eilise wird gespart haben. Die Recht mag je eeuwt worden, woord du bezig ist, vriend. Die Bibel ist noch wahr, dass die Recht eeuwt als die Baasteweg bezig auf zu werden. Nu kommen wir bei das 3e Kapitel, und in das 4e Kapitel sind mehrere von Elisa seine Wundertekens beschreven, wie welle eine von die betecken. 2. 2. 3. 4. 5. 7. 2. und 3. 3. und 4. 4. und 5. 4. und 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 10. 10. 11. 12. 12. 11. 11. 12. 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 13. 14. 13. 15. 15. 16. 16. 16. 16. Ja, jetzt, die Eber fehlt von Sinn. Oh, heut, in Heilung, an mich scheint, an Angst, auch falsche Not. Oh, heut, in Heilung, an mich scheint, an Angst, auch falsche Not. Oh, heut, in Heilung, an mich scheint, an Angst, auch falsche Not. Oh, heut, in Heilung, an mich scheint, an Angst, auch falsche Not. Oh, heut, in Heilung, an mich scheint, an Angst, auch falsche Not. Oh, heut, in Heilung, an mich scheint, an Angst, auch falsche Not. Oh, heut, in Heilung, an Angst, auch falsche Not. Oh, heut, in Heilung, an mich. Oh, heut, in Heilung, an Angst, auch falsche Not. Oh, heut, in Heilung, an Angst, auch falsche Not. Oh, heut, in Heilung, an Angst, auch falsche Not. Oh, heut, in Heilung, an Angst, auch falsche Not. Oh, heut, in Heilung, an Angst, auch falsche Not. und Macht wieder, und wie leiftolig sie ist. Nun kommen wir auf das vierde Kapitel in der 2. Genie. Das beschreibt dann vier verschiedene Wundertekens, die Elisa did. Wander auch was die Vereinheit ist bei Elia und Elisa ihre Wundertekens, doch did Elisa ein Deelmeier als Elia. 2. Genie 4, die erste Phase. Und von Mankt die Prophete sind ihre Frohes, wird dann eine Frohe, die noch Elisa kem und schrieg zu ihm und seht, Mein Mann, dein Deiner, ist gestorven, und du weißt, dass dein Deiner, dem Herrgott verrichte dich, und nun ist der Mann, die am Hjälte liet hat, gekommen meine Tweeseens zu nehmen als Schloven. Nun allem noch hat Elisa diese Frau ihr Mann getant, und diese Frau hat ihm nu beholen, dass ihr Mann dem Herr truwege warst, und als sie starf, wird er was schuld, dass ihr nicht hat können betolen, und nun wird Jana ihr kommen dort, zu gelichten. Wenn sie die Barriere deed nicht wird, dass ihr jeweils können als Verzicherung, dann können ihm selbst oder von seine Familie genommen werden als Töling, also können Jana nun ihr Saatslich diese Jungs nehmen als Töling. 2. Vers. Und Elisa zei zu ihr, Was soll ich für die Däuner? Zei mir, was hast du in dein Haus? Und sie zei, Die Dienstmaker hat selbst nicht als eine Kruk mit ihr. Elisa wei, dass sie hier nun eine Verantwortunglichkeit hat, diese Familie, um zu helfen. Dass Moses ihr Saats, mögt dort klar, dass sie weiß und weiße Tölinge, soll mit ihr helfen werden. 3. Vers. Vers. Und sie zei, Go und du die Jefesse leer von all dienen Norbers. Laat ihr Jefesse, und du nicht bloß in Paul leer. Und wann du trechst, dann go im Haus anan, und mag die Däuner, so dass bloß du in dienen Sehns, der Benazand, und jeet die Eich in all die Jefesse anan. Und wann ein Fall ist, dann sagt dort uns sie. Und sie jeng von am Weich, und mag die Däuner, und du nicht bloßt, und er ist eins, und die brachte die Jefesse anan, und sie geht die Eich und die Jefesse anan. Das war nun so, als ein Eichbarm, sie mag. Das ist in sie in der Falle. Und das passiert, als die Jefesse alle Fall wäre, dass sie zu ihr Zin zei, Bring mich noch an Jefesse, und sie sagt, und sie sagt, Maltid, und Elia seine Tid. Na allem noch, deed Elisa ein Däuner Ramreise, und vorken der Längdem nehmliche Weich, Han und Trigg, und do wir ein Schunem, eine sehr gnädige Frau, die für Elisa verzorgerdeit, wann sie dort verbiet kam. Sie hat ein Mann, und na allem noch, wäre sie ziemlich gut auf, dort heet, sie wäre nicht arm. Nein, in Tiendefarge, und sie seht zu ihr Mann, seh nu, ek wo ein, dass dit ein heiliger Gottes Mann ist, der hier ego fürbiet kamt. Wel wie eine kleine Stove anbue, bitte, uppe Wand, und wel wie door ein Bad in den Stahle verarm, und ein Däsch, und ein Stove, und ein Tollklicht, und wann er hier dann ankommt, dann kann er da anein gönne. Seit dann, haf viel Christen in ihre Heime in der Stove, den sie die Prophetenstove nanen. Ek had echte Jahre sehr vorken Versammlungen in Jehoole in verschiedene Städen, en da sind Familie's nu noch. Die emmerne Stove reet haf für mich, wann ek an die am Jägen zie. Dat sind so eine Prophetenstove, en da ist ein sehr großer Zägen. Einer kann sich da ganz to sich machen. Ek doe nu noch manchmal Versammlungen hole op eine gewisse Städ, en jo, da sind zwei Familien da, die emmer an die Stove reet haf für mich. En vriend, dat ist sehr viel wert, ein sehr großer Zägen. En Elisa? Na, dem jenkt auch so, he freit sich sehr für diese fäine Städ, wo he sich utreifen kann, wann he meid weir, und dort dicht by weir. Ein Dach, als he da an die Stove auf der Baal lag, nehm he sich ver, dass he auch wird verdonen, für diese Familie. He roept sie denn ja hezi. 12. bei 17. Vers. Und er sagt, er ist ein junger Mann, er rupt die Schöne mit, und er rupt er, und sie stund vor ihm. Und er sagt, er sei nun, du hast die viel trübelgemacht für uns, was kann ich für die tunen? Zoll ich für die zu dem Tönig reden, oder zu dem Arme kaptein? Und sie sagt, ich wohn manchmal mein Volk. Und sie sagt, was soll dann für ihr ihr tunen werden? Und sie hört sie antworten und sagt, wirklich, sie hat kein Kind, und ihr Mann ist old. Und sie sagt, röp er. Und als sie ihr röpt hat, stund sie in der, und sie sagt, Angefähr am dieser Tönig, nur die Tönig von Leve, was du ein Zehn am Arme. Und sie sagt, Nee, nee, mein Herr, du Gottes Mann, du nicht zu dien Dienst merken liege. Und die Frau wird schwanger und bracht ein Zehn, terwyl nur die Tönig, nur, dass Elisa zu ihr gezeigt hat, nur die Tönig von Leve. Mehrere johre lote, als ihr Zehn abgewassen wir, starf die mit Emo, und Elisa bracht am Tönig von Dood. Er bracht die nämlich mit Tönig, dass Elia je bracht hat, beschreven in 1. 10. 17. Das Bild hier ist, dass wir, die wir dood sind, und an sie Everträdungen und Zinn, können Leve hat, durch ein Persönlichkeit, durchkommen mit Jesus Christus, und an ihm haben wir Leve. Er ist das Leve. Das vierde Wunderteken in dieses Kapitel hat zu tunen mit Eten für die Prophäte Zins, die eigentlich Studenten wären, durch eine Hungersnöte, und die Jungs haben, was wir die Vrucht in ihr Tönig, stöp gezammelt, und haben eine Zöp gemacht, 40 und 41. Vers, und sie schraubten aus für die Mannen zum Eten, und das passiert, als sie von der Oten, dass sie schriegen und sehten, O Gottesmann, du ist dood in den Groepen. Sie können das nicht Eten, aber sie seht, dann bringt Mehl, und sie schraubten das in den Groepen, und seht, du schraubt aus für das Volk, dass sie Eten kennen, und da wird kein Schraub in den Groepen. Elisa hat das geheilt, nun wird das eine Schraub. 42,44. Vers, und ein Mann kam von Baal Schalische und brachte ihm Gottes Mann von das erste Vrucht, 20 boltjes Brood, ein orie Träid und ein Schal, und sie zeht zu ihm, Jef dort zu das Volk, das sie Eten kennen, und sie dennin zegt, Wat? Zoll ich dort für hundert Mannen anstallen? Er sagt, Wadah, Jef dort zu das Volk, das sie Eten kennen, denn so sagt die Herrgad, sie wollen Eten, und wollen auch noch was Ebeloten. Und sie stahl dort veran, und sie Aten, und leht auch noch was Eben, so als die Herrgad sehen wird, undied. Wenn ich das lees, dann muss ich denken, an die Zeit, als Jesus einmal vierduzend Menschen und einmal viefduzend Menschen eet er mit meist nichts, bloß ein paar Versen und ein paar kleine Brood. Wir wollen das nächste Mal wiederführen, mit dem Elisa, seine Geschichte, haben wir auch ein sehr besonderer Gottesmann, ein von die Bauste Profeten, die Israel und Judah jemals horde. Aber nun muss ich verlassen, meine Tito von Dagens an, Gottes Segen, meine Freund. Gesang, meine Freundschaft, von Sünden free.